Musik Gucken wir also drauf, ob Spiel Nummer 3 auch so knapp wird Left Cuts In der Rückhand zu halten Mit viele Fee eröffnet er dann den Ball, das ist weiterhin die Führung Was macht Karlsson, wenn er auf der Rückhand Trotzdem weiterhin zwei Möglichkeiten den Satz für sich zu entscheiden Ja und das tut er auch, er geht mit 1 zu 0 in Führung Es zieht sich ein wenig durch den Nachmittag Wir dürfen gespannt sein, 0 zu 0 Gut, Variante A haben wir gerade Biss Bis zum nächsten Mal Xiang Weil du bist Die . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.